Und nochmal liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Daten unserer Kämpfer wie vorhin schon angesprochen. Klarer Altersunterschied bei den beiden Kontrahenten zu sehen. Kogakovic halb so jung wie sein Gegner, aber auch natürlich Hut ab an Alex Angers in dem Alter noch zu kämpfen. Kogakovic halb so jung wie sein Gegner. Nikola Ugarkovic Und hier ist Nikola Ugarkovic schon im Ring. Und jetzt kommt auch die rote Ecke hier zum Ring, Alexander Angara. Und jetzt kommt auch die Rote Ecke hier zum Ring. Und jetzt kommt auch die Rote Ecke hier zum Ring. Dann kommt die Rote Ecke hier zum Ring. Die Rote Ecke hier zum Ring und jede Rote Ecke. Und jetzt kommt auch noch der Rote Ecke. Alexander Angara. Jetzt die Instruktionen. So kontrolliert, ob alle bereit sind, auch die Judges. Und jetzt geht es auch hier los. Touchgraf natürlich, Fernis immer großgeschrieben. Angerer hier sehr aggressiv im Vorwärtsgang. Jetzt wird hier wild durchgeschwungen. Muss hier aufpassen, dass er nicht in einen Konter läuft von Urgakovic. Aber Urgakovic wirkt jetzt hier schon angeschlagen. Angerer immer weiter hier. Aggressiv im Vorwärtsgang. Jetzt wieder Angerer hier mit schönen Schlägen. Und jetzt wieder Angerer schwingt hier wild durch. Urgakovic hier oben in der Deckung. Wenig gegen wäre hier sehr inaktiv Urgakovic. Jetzt mit einem Minkenschwinger. Urgakovic kann dem hier ausreichen. Besucht hier immer wieder. Schläge zu setzen am Hangrein in der Deckung. Jetzt hier die letzten zehn Sekunden der ersten. Runden von vier Runden im ersten Boxkampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die erste Runden im ersten Boxkampf des heutigen Abends, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauerinnen. Die zweite Runden im ersten Boxkampf des heutigen Abends. Die zweite Runden im ersten Boxkampf des胸 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die letzten Sekunden der zweiten Runde. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.